Es gibt so viel auf dieser Welt Gutes zu tun und es lohnt sich sich zu engagieren, zum Beispiel für ein gutes soziales Europa. Mischt euch ein für eine gerechtere Welt, für mehr Herzlichkeit, für mehr Mitmenschlichkeit, für mehr Respekt und Anstand. Wir dürfen es doch nicht den überlassen, die mit Hass und Verachtung Angst sehen. Es gibt so viel auf dieser Welt Gutes zu tun und es lohnt sich sich zu engagieren, zum Beispiel für ein gutes soziales Europa. Lasst uns die Grenzen überwinden und nicht neue Grenzen schaffen. Mischt euch ein mit dem Herz an dem richtigen Fleck. Nicht die Menschen haben der Politik zu huldigen, sondern die Politik hat eine dienende Funktion gegenüber den Menschen, damit eine Welt gerecht ist. Das ist die Aufgabe von Politik, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Mischt euch ein!